Ich bin UOL, weil ich mich als Sportwissenschaftler für Bewegung, für Training, für Prävention, insgesamt für körperliche Aktivität und ihre Wirkung, ihre Effekte interessiere, was ich hier im besonderen Maß am Institut für Sportwissenschaft auch sehr gut machen kann. Ich mag an meiner Arbeit, dass ich Ideen entwickeln kann, dass ich Projekte initiieren kann, dass ich Studien durchführen kann, Aspekte der Anwendung einbringen kann, mit Kooperationspartnern aus der Wissenschaft, aus der Sportpraxis zusammenzuarbeiten und auch etwas für die Weiterentwicklung des Sports insgesamt zu tun. Ein besonderer Moment hier an der UOL war, dass ich wieder in den Universitätsbetrieb zurückgekommen bin, nachdem ich elf Jahre in einer Forschungseinrichtung war, in einer Forschungseinrichtung für den deutschen Leistungssport und mich sehr gefreut habe, nochmal den Sprung an die Universität geschafft zu haben, weil das nochmal andere Arbeitsbedingungen, andere Möglichkeiten waren. An der Universität kann man auch mal Ideen ausprobieren, die nicht unmittelbar anwendungsorientiert sind, die vielleicht später, aber nicht sofort anwendungsorientiert sind. Und dieser Zeitaspekt ist ein substanzieller Unterschied. Ich würde gerne eine Woche mit meiner Katze tauschen, denn ich möchte einmal so entspannt eine Woche verbringen, wie meine Katze in jeder Lebenslage mich zurücklehnen können oder genießen können. Ich beneide meine Katze relativ häufig. Ich wünsche der Universität zum einen eine kontrollierte Entwicklung, also kein spontanes Wachstum. Ich wünsche der Universität und uns allen viel weniger Verwaltung und mehr inhaltliche Arbeit. Und als dritten Punkt wünsche ich der Universität mehr Innovation und weniger den Kommentar. Es war schon immer so. Bis zum nächsten Mal.